Wie könnt ihr euch nur so aufhören? Mami ist sehr enttäuscht. Sehr, sehr enttäuscht. Was haben sie mit meinen süßen Schmusiputzis angestellt, um sie so zu verstören? Schmuseputzis? Meine Lieblinge? Hat der böse Mann euch erschreckt? Keine Angst, Mami ist ja jetzt da. Wie wäre es mit einer kleinen Modenschau zum Trost? Na, die verkleidet ihre Hunde immer. Möchtet ihr gerne Modenschau spielen? Oh, natürlich möchtet ihr das, natürlich. Na, dann kommt mal, meine Süßen. Sie kann von Glück reden, dass ich diese Köter nicht in den Zwinger geworfen habe. So nah dran war ich. Jawohl. Mit Polizeiwachtmaster Ernest Dibbens ist nicht zu spaßen. Ich hoffe, ihr Urlaub verläuft zufriedenstellend, Wachtmeister. Zufriedenstellend? Hm. Ja. In der Tat. Das ist schön. Alles ist zu meiner vollsten Zufriedenheit. Friedlich und aufgeräumt. Vielen Dank, Wallace. Super. Wir schaffen es. Ruckel nicht. Jetzt ruckelt der bei Sonne im Spiel. Das ist irgendwie deprimierend. Ha, na endlich. Ein Haus voll zufriedener Kunden. Genau wie ich es vorausgesehen habe. Ich sage besser, Gromit, dass er den Tisch decken soll. Mist. Das ist jetzt. Kapitel 3. Horrorhunde. Ich glaube, jetzt habe ich vorgespult aus Versehen. Ma, ruckelt doch. Ich kann uns nur zu diesem Gastgeber gratulieren. Ich hatte umwerfende Ferien. Na Gott sei Dank. Es war knapp genug, nicht? Oh, welch ein Duft nach Fisch und Fisch. Da können wir uns auf ein hervorragendes Essen hier in der Offiziersmesse freuen. Nicht wahr? Oh, wartet mal kurz. So, und weiter geht's. Ich habe jetzt einfach mal den Aufnahmeordner geändert. Sie hat offensichtlich ein Widerspruch zu den Arbeitsschutzbestimmungen. Die Frage ist nur, ob man sie durchsetzen soll. Du duftest ja himmlisch, mein Mädchen. Hast du dir ein neues Parfum für unsere Verabredung besorgt, ja? Oh, also wirklich, Danken? Das ist doch nur die Blume in meinem Haar. Und ich weiß nicht, ob man es Verabredung nennen kann. Ähm, ehe wir zulangen, möchte ich Sie im Namen des Managements, das sind Gromit und ich, bei unserer kleinen Unternehmung begrüßen. Der Wasserwelt West Wallaby Street. Dem einzigen Ferienziel mit eigener Allwetter-Kellersprand-Base-Attraktion. Auch von mir ein paar Worte. Hoch, die Gläser. Hoch, sag ich. Auf einen grandiosen Tag. Mit einem tollen Mädchen. Dem süßesten Anblick, den ich je gerochen habe. Genau. Ich rede von... Hey, wer hat das Licht ausge... Au! Was geht hier vor? Hey, Schluss damit. Ruckel! Ja, zu Kuckuck! Das ist... Haben Sie gesehen, haben Sie gesehen? Sie gesehen? Sie haben das nicht ausgemacht. Nein, warum ruckelt das denn, ey? Spion hat ein... Ich habe auf mir zugestossen. Ruhe, alle miteinander. Ruhe, meine Faust, bitte ich bleibe. Ruhe, beruhigen Sie sich. Das sind Sie. Ich sage, ich muss darauf bestehen. Ich muss darauf bestehen. Ich muss darauf alle Welt geschehen. Dies ist nicht, was aufhört. Da, die Hunde. Ruhe, alle miteinander. Ruhe. Ruhe. Da hat man jetzt gesehen, dass es die Hunde waren. Und ich würde gerne wissen, warum es auf einmal so geruckelt hatte. Da, da, da. Hilfe. Ich brauche Hilfe. Ja, ruckel einfach mal. Ich glaube, das liegt daran, dass die Festplatte so voll ist. Ich mache dann mal hier einen kurzen Aufnahmestopp. Also, ich schließe das Spiel jetzt noch und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, ähm, alles Gute und Tschüss.